Hallo und Willkommen zurück bei die DERP-Joten mit Knorker in Bioshock Infinite. One.de hat uns schon kräftig geholfen, hier dieses Spiel, dieses wirklich sehr genielle Spiel, spielen zu können. Ja, auch wenn ich das letzte Mal jetzt doch wirklich kräftig eingeschenkt bekommen habe, macht es immer noch gut Spaß. Ein bisschen Herausforderung soll ja auch sein, es soll ja nicht alles zu leicht sein. Oh, was liegt denn hier? Ja, hier war man ja vorhin schon, ich meine, oh ja, ein bisschen Gesundheit sammeln und sehen, was wir noch brauchen können, was wir letztes Mal zurückließen. Ah, hier ist nichts mehr. Oh, da ist noch hier ein bisschen Zeit. Ah, ne, was ist denn das? Ah, Munition für Schrotflinte. Soll ich vielleicht die Schrotflinte machen? Maschinele, Karabiner. Ich glaube, wir gehen auf Schrotflinte über. Also, da ist jetzt volle Munition. Gut. Für Nahkampf auf jeden Fall besser. Ah, gut. Nahkampf, ran, bam, bam, und dann noch mit Melee-Attack. Er lädt irgendwie raus, komm hier. Hm, komisch. Ich heiße Booker. Ich werde es mir gern zu Herzen nehmen. Booker, wenn wir irgendwann mal nicht beschossen werden. Falls es Sie interessiert, da drüben ist Ausrüstung. Oh, danke. Ja, wenn wir mal nicht beschossen sind. Das wird wohl nicht so schnell passieren. Oh, da ist Ausrüstung. Aha. Oh, danke. Gesundheit kann ich gerade gut brauchen. Ein bisschen Kohle aus dem Chemie leiern hier. So, ja. Danke. Mal sehen, Gesundheitskit. Ja, gut. Danke. Salz auch voll machen. So, gut. Der Rest passt. Danke. Weiter geht's. Oh, danke. Oh, sehr nett. Sehr nett. Gut, weiter geht's. Ich denke mal, wir können uns jetzt weiterbegeben, hinbegeben zu den, ja, Soldiers fehlt und wird uns wahrscheinlich noch mehr Action erwarten. Wahrscheinlich auch hier. Ach ja, er ist schon ausgestiegen. Was sonst ist Anarchie als ein Meter im Rücken unseres Profeten. Okay. Ich hab, geht schon hier los. Oh, ja, es ist, ach, hier ist der jetzt. Gut, Booking Pro, ob der was bringt. Ich will nie mein Ziel, denn ich stehe durch die Alm und der Profet. Nee, 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 nee. Okay, machen wir mal Elektroschock. Der Profet kennt Erbarmen. Zuck. Zuck. Mal Nahkampf gehen. Mal Nahkampf. Ah, in den Rücken muss man schießen. Okay, da muss man was mal von hinten anschleichen. Lad mal nach. So. Ah, er dreht sich um. Nein. Hat's gemerkt. Aha. Okay, okay, okay. Ja, jetzt komm. Zack. Ähm, nein. Der hat sich umgedreht und Ellie war im Weg, aber offenbar. Ist Ellie resistent gegen irgendwelche, ah, nee, der Schuss wird in die Richtung. Ja, renn ums Bäumchen and run around the Baum. Wo ist er? Wo ist er? Hä? Ellie, geh weg da, du bist ja am Schlussfeld. Wo sind, wo sind die Pfeife jetzt? Eheh. Der Herr Urteil! Ich handle! Ab sie, hu hu. Du ruu me Kolumbias. Freundchen, geh mir nicht auf den Sack. Äh, weg! Oh, 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 oh. Lalalala, lalalala. Okay, jetzt krieg ich noch von hinten. Jetzt krieg ich noch von hinten, jetzt krieg ich noch von hinten und? Fuck, ja, noch mal. Fuck, oh, weg hier. Komm her, er folgt mir auf den Fersen. Soll hinten noch mal einen Elektroschock reinhauen? Nein, er schießt nicht. Oh, er ist nicht auf der Lecke gelaufen. Er dreht sich so schnell um, ja. Ja, jetzt frag ich mich auch. Warum haben wir nie Glück hier? Oh, ich hab mich erwischt. Na, also. Okay. Hm, Schrett... Hm, Gettlinggang. Hm. Na, die sind mir zu langsam. Nee, die ist mir zu langsam einfach. Oh, das Salz. Okay, danke. Wie ruckelt denn das jetzt hier? Naja, was ist noch wirklich ein bisschen? Gut. Ähm... Okay, dann... Ja, ich geh mal... ...weiter. Bis zum nächsten komischen Soldaten. Push. So. Zack. Ich versteh nicht so ganz, wie du das alles machst. Diese Risse. Ich hab sie mir immer als Türen gedacht. Als junges Mädchen hab ich nicht nur die geöffnet, die ich fand. Ich hab selbst welche gemacht. Gemacht? Ich konnte gehen, wohin ich wollte. Aber ich wollte immer wieder zurück. Wohin? Ich weiß nicht. Zu meiner Familie? Hm. Wie machst du das? Wie geht das? Wie gesagt, ich hatte sehr viel Zeit zum Lesen. Naja, und ich wollte sehen, ob's geht. Ich habe Bücher über Physik gelesen und so. Ja? Und was hast du dabei gelernt? Es ist ein riesen Unterschied zwischen dem, was wir sehen... ...und dem, was ist. Hm. Ja. Das gibt vielleicht manchmal auch. Das hat nichts mit Physik zu tun. Wie? Oh, ich hab nicht genug Kohle. Oh, da ist ein Salz. Danke. Kohlflinte. Salz. Ah, was drin? Oh ja. Das kann ich brauchen. Kaum noch Gesundheit. Kaum noch Gesundheit. Kohle. Na, die Schrotflinte nachladen. Oh, da laden. So. Gesundheitskette. Oh ja, das kann ich jetzt gut brauchen. Sehr schön. Sehr schön. Salz ist voll. Emissionen. Hm. Pistole. Ja, laden wir mal nach. Wenn wir die wieder haben sollten. Maschinengewehr. So. So. Gut. Ja, gut. So, sollte fein sein. Ich vermute mal, dass hier gleich wieder Ärger gibt. Ärger. Ärger. Auf die Fresse hauen. So. Wo müssen wir jetzt hin? Ach ja, oben. Die Gondel. Wo ist denn die Gondel jetzt? Gondel. Gondel. Aero. Ah, da drüben. Nochmal. Ah, hier unten. Yay, da unten ist sie. Komm. Hopp. Ellie, komm. Auf geht's. Oh. Oh. Cool. Danke. Vielen Dank. Danke, Anke. Äh, Ellie. So, komm. Da sind wir zur Gondel. Da wird uns wahrscheinlich wieder ein bisschen neue Gegner erwarten, die uns ans Leder wollen. Renn Ben, renn, renn, renn. Ja, das will ich auch machen. So. Jetzt. Oh, die Gondel. Oh, die Gondel. Ich glaube nicht, dass es so einfach. Oh, ja, doch. Oh, ne. Oh, ne. Die Gondel kommt. Und in der Zeit, wie die Gondel kommt, werden wir hier beharkt werden. Ja. Er wird dich im Stich lassen, meine liebe Elisabeth. So weit er hat, was er will, ist er weg. Was kann man von einem Lügner und Frauenmörder anders erwarten? Du kommst, Doc. Vater. Prophet. Was immer sie sind, ich gehe und sie können nichts tun, um mich aufzuhalten. Oh, mein liebes Kind. Da täuschtst du dich. Dinner. Los. In Ordnung. So. So. Jetzt wird's. Oh, oh. Okay. Auf das Schiff irgendwie kommen. Zack. Und wieder rauf. So. Mal schauen. Das Schiff da oben. Ähm. Oh. Oh. Wo da unten? Das Schiff. Okay. Mal auf das Schiff drauf kommen. Da drüben. So. Ähm. Jetzt fangen wir mal ums Karrie hier. Mit der Kirche. Ja. Okay. Ja. Kommst. Kommt. Oh, Mann. Danke. Jetzt bräuch ich das Präzisionsgewehr irgendwie. Ich hau lieber ab vor den Jungs. Die wollen mir eins. Leder. Äh, au, ach so. So. Jetzt. Junge, gib Asche. Ohohohohohoho. Oh mein Mann. Mist, bin zu weit weg. Komm, ich kann auch da. So, zack. Jetzt komm ich da oben gleich mal drauf. Okay. Falle legen. Ja, schießen bringt ja mal nichts. So. Okay, los. Oh ja, sehr schön. Gut, danke. Einmal. Ohohoho. Ein Patriot, Vorsicht! Okay. Okay. So, mal hier auffräumen ein bisschen. Hans-Erfahrung ist... Okay, wo? Wo, wo, wo? Da oben. Ahaha, oh nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Alles klar, bis zum nächsten Mal, macht's gut, bye, 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 bye.